Oh nein, nein! Irgendwann muss Dena auch Risky werden. Wir kennen den Dena, der muss Risky werden. Oh, ein Kaktus vor mir! Oh, es war! Oh, es war Kaktus! Das gibt einen Strafkaktus! Ahaha, lo ihr Lieben, seid super herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GeekDaya Online Challenge Action. Der Dena ist natürlich auch wieder am Start, wie ihr vor mir seht. Hi! Hallo, meine Freunde! Vorsicht, mein Junge! Vorsicht! Wenn der Dena jetzt kaputt geht, ich sehe, was schon kommen. Wir haben heute eine super geile Challenge. Und zwar haben wir wieder was vorbereitet. Das ist aber auch ein Vorschlag von euch. Deswegen haben wir uns schon mal die gleichen Flugzeuge rausgesucht. Sage ich gleich. Ich möchte nur kurz nach oben halten. Wir müssen das Textdokument kurz aufmachen. So, und zwar ist es einmal die Challenge Kaktusschredder von Sinatra oder Sinatra. Je nachdem. Also Sina und dann Tra. Und zwar geht es darum, wir sollen uns das gleiche Flugzeug besorgen, dann zu Sandy Shores fliegen, also dazu zu diesem Flugplatz. Und dort um diesen Flugplatz wachsen ja Kakteen. Diese sollen wir versuchen, mit unserem Rotor platt zu machen. Und jeder Kaktus zählt einen Punkt. Insgesamt hat man zehn Minuten Zeit. Wenn ein Flugzeug kaputt geht, muss man sich beim Flugplatz ein neues holen. Dann ist aber egal, welches Flugzeug. Und dann ist es auch egal, bei welchem Flugplatz, ne? Genau. Also man muss sich beim Flughafen machen, sondern man kann es auch bei Tra. Ja, weil es Flugplatz machen. Genau, bei Tra. Da sind ja diese ganzen Kakteen-Dinger. Genau. Dort müssen wir hin. Also im Endeffekt funktioniert es so, man schreddert schön tief über den Boden lang mit dem Flugzeug. Und? Und darf man auch den Boden berühren, wenn man nicht kaputt geht, ja. Man darf das Fahrwerk nicht ausfahren, das ist ganz wichtig. Okay. Fahrwerk darf nicht, weil man darf ja nicht offiziell landen. Du darfst... Was ist, wenn man es aus Versehen ausfährt, weil bei mir passiert es häufig, wenn ich so eine Drehung mache, wir sind aus Versehen. Ja, dann ist egal, dann fährst du wieder ein. Ich meine, das ist nicht so schlimm. Aus Versehen kann, was passiert bei mir auch mal. Ich meine nicht, dass du auf Boden zufährst, Fahrwerk rausholst, ganz langsam runterbremst, rollst und den kaputt fährst. Du sollst schon fliegen. Okay, ja gut. Und ich bin praktisch jetzt schon da. Wenn du dir einen Timer stellen möchtest, dann können wir auch direkt loslegen. Okay. Eine Sekunde. Also wir warten natürlich noch, bis du genau da bist, weil ich bin jetzt beim Flugplatz circa. Und man sieht, glaube ich, erst relativ spät, dass die Kakteen spawnen. Wir können uns erstmal hier einen Überblick verschaffen, weil das da ist, glaube ich, ah ne, hier, um den Flugplatz sind ganz viele, oder? Ja, aber im Flugplatz sind eigentlich die meisten, glaube ich. Ich sehe gerade keine. Ne, ich sehe gerade keine. Deswegen lass uns das erstmal anschauen, bevor wir tatsächlich den... Ja, dann gibt es einfach die Kakteen, nur ein Singleplayer. Ne, hier sind kackt den. Okay. Rechts neben dem Flugplatz. Alles kackt. Ah, ja, ja, ich sehe welche. Wow. Alter, hast du gegen geflogen? Sollte die Bilder hier sind das, ne? Ja, hier sind auch welche. Ja. Alles klar. Dann würde ich ja mal sagen, gehen ab, starte den Timer und leg los. Alles klar. Ja, ja, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Okay, wir müssen aber relativ dicht beieinander sein, okay? Okay, ich habe Kehrt gemacht. Wir müssen nebeneinander fliegen. Wir müssen nebeneinander fliegen. Ja, komm, starte. Okay, warte, dann bleib so, wie du bist. Aber jetzt fliege uns gegenüber, das passt doch nicht. Fahr nach... Drei, zwei, eins, ich habe gelohnt! Loi, ihr findet einfach an, der Timer! Guckt euch das an, der Timer! Boah, ich war fast abgestützt. Ja, aber wir waren direkt beieinander. Okay, hier ist... Ich bin zu schnell. Ich bin... Oh, ich bin einfach zu schnell. Okay. Ich die Kakteen. Niemals. Kakteen, komm zu Dena! Bleibt ihr... Ich mach euch dann kaputt! Boah, shit! Motor starten, motor starten, motor starten! Okay, das ist gar nicht so leicht. Der, äh, liebes Senator hat doch gesagt, sein Rekord war in 10 Minuten 87. Was? Und, ähm... Das halte ich für ein Gerücht... 87? Das halte ich für ein Gerücht, dass wir... Dena! What the fuck? Oh, ich hab... Ich hab nicht getroffen, leider. Hier sind Kakteen! Oh, Leute, mein Fahrwerk war ausgefahren. Okay, der zählt nicht. Ja, aber warum... Einfach so mit Fahrwerk... Ausgefahren war, der zählt nicht. Nee, nee, der zählt nicht genau. Hier unten sind Kakteen! Ja, ich seh sie, aber ich krieg sie nicht kaputt! Ja, eins, zwei! Ah! Einer hab ich auch kaputt gemacht. Einer hab ich auch kaputt gemacht. Ich hab eins. Zwei Stück hab ich gemacht. Einer, und, 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 und... Zwei Stück, zwei Stück, zwei Stück... Ich bin so hoch, ich denk, ich bin schon tief genug, aber bin ich nicht. Zwei Stück, uh, nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Was haben wir hier? Zwei Stück, okay, jetzt ein bisschen abbremsen. Du darfst natürlich auch auf dem Boden langschlettern, ne, aber... Man muss halt wieder landen, ne, ne, ne. Gehst halt die Gefahr ein. Aha, ich war... Das war so knapp. Und... Shit! Ja, ich hab ein kaputt gemacht, zwei. Das war kein Kaktus, das war ein Zaun. Das hab ich überhaupt nicht gesehen. Das gibt's doch nicht. Ich hab schon zwei, und ich lebe da. Und da... Wichtigterweise, hab ich auch schon zwei. Au, riesen Kaktus kaputt gemacht. Ist das kacke. Jetzt muss ich laufen. Ich hab drei. Oh, nein. Nein. Drei Stück. Und irgendwann muss Dena auch risky werden. Wir kennen den Dena. Der muss risky werden. Oh, ein Kaktus vor mir. Oh, es war... Oh, es war... Dena. Oh, es war... Das gibt einen Strafkaktus. Jetzt muss ich nämlich noch weiter laufen. Du sahst wie ein Kaktus aus. Dena, jetzt muss ich noch weiter laufen. Du sahst wirklich wie ein Kaktus aus. Das war auszunehmen. Ich sah aus wie ein Kaktus. Du bist jeder Kaktus. Es war genug Straf. Ich hab mein Flugzeug voll kaputt gemacht dabei. So, jetzt noch einer. Dena. Jawohl, noch einer. Das war der dritte. Dena, das Flugzeug, was hier beim Flugplatz steht, das brennt bereits. Boah. Ich hab noch drei kaputt. Also, dann bin ich jetzt bei elf hier. Wieso brennt das Flugzeug, Dena? Fünf. Fünf hab ich. Dena, wieso brennt das? Das brennt, weil mehrere aufeinander gespons sind. Hab ich gerade eben schon gesehen. Loll. Und was soll ich jetzt machen? Oh, ein Kaktus. Und nee, Spaß. Dena, die sind alle kaputt? Die müssen alle wegschieben. Und? Oh, noch zwei. Noch drei. Fünf plus drei. Acht. Acht Stück hab ich. Darf ich Heli benutzen? Nein. Leute, es sind zwei Helis nebenan. Dena, ich kann auch nicht in den Händen einsteigen. Acht Stück hab ich. Oh, das war ein Baum. Ist das dreckig? Es fehlt auch ein Baum. Meinst du diese Gebüschbäume da? Eigentlich schon, ja. Okay, dann hab ich jetzt noch einen. Also, ist das behindert. Ich muss. Oh. Loll, der Gang angefangen hat gestartet. Dena, der Gang angefangen hat gestartet. Oh. Ich hab nichts gemacht. Das ist ja Handicap hoch zehn hier gerade. Nach sieben Minuten. Ihr habt zehn Stück. Dena, das ist richtig fies. Das wird jetzt drei Minuten dauern, bis ich ein Dings da hab. Hä, bist du das? Ja, ja. Ey. Ja, die, das Ding ist, die blockieren hier. Nein. Nein. Ich stepp. Ey, wehe, wenn ich jetzt. Ey, das ist. Ich hol mir jetzt Flugzeug. Ich hol mir jetzt Flugzeug. Ey, nee, nee. Nix da. Nix da ruht sich gar nicht. Ich hol mir. Ah, ha, ha. Bist du tot? Loll. Loll, ich will den scheiß Gangangriff nicht. Der Gangangriff hat noch nicht gestartet bei mir. Also ich sehe zumindest keine Gegner. Aber das spornt auch kein Flugzeug. Das ist das Problem. Oh, ich hab auch keinen. Oh, da ist Gegner drin. Oh, fuck. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Komm, Kev, wir fliegen zusammen. Wir fliegen zusammen. Ah. Ich besorge gerade. Ich mache gerade alles kaputt. Wie? Heli? Nee, Heli nehme ich doch nicht. Heli hat sich gerade eben schon. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ich mach damit die Gang kaputt. Ich hab übrigens immer noch 10 Punkte. Das ist so fies. Ich hätte den also was von besiegt. Ja, ist das gar nicht. Ey, ich verstehe aber nicht, wie du das drei Sachen auf einmal spawnen. Ja, genau. Machste kaputt, Dana. Machste kaputt. Also ist so eine geile Challenge. Ja, man muss nur die Flugzeuge weg, man hat ein neues Bond film. Ja, hab ich gerade gemacht, aber das ist ja nicht so im Gangangriff. Das ist so hier und weg. Ach, der Bikaka. Ich mach alles Flugzeuge weg. Ich will auch wenigstens, ich will auch wenigstens. Das Flugzeug ist weg, das ist auch gleich schnell weit genug weg. Also ist man auch beim Gangangriff was. Oh, da ist eine. Ich weiß nicht, da muss man erstmal wegfahren, oder? Aber ich fahr gewiss nicht weg, damit du alles einsammeln kannst, mein Freund. Du solltest der Gentleman sein. Ich bin der Gentleman, ich helfe dir. Ich helfe dir doch. Ich bin immer Gentleman, bin immer nicht. Oh, shit. Alter, dieser Gangangriff, das ist der verrückte Wahnsinn. Das ist der verrückte Wahnsinn. Wir wollen hier doch einfach nur friedlich. Ja, wir müssen nur alle töten vom Gangangriff. Dann spotten wir das Flugzeug, glaube ich. Wir wollen hier einfach nur friedlich und nett sein. Ey. Selten noch einer, ich sehe die Gangangriff. Es ist so dunkel bei mir. Da hinten ist noch ein einziger. Der ist tot. Tschüss, hab alle erledigt. Bis zum nächsten Mal. Komm schon, steig ein, Junge. Hier ist ein Flugzeug. Ja, weil ich das weggeräumt habe. Lass mich in Ruhe mit den Kids. Ich will die Kids nicht sehen. Ich will hier einsteigen. Das ist Challenge-Time, Junge. Hä, erkennt nicht. Hier ist gar kein Flugzeug. Doch, im Hangar drin. Ah. Ja, wie viel Punkt hast du, Dena? Ich habe zwei. Ich habe zehn. Und das ist genauso eins, wo man einfach ankommen. Komm, Junge, fall los. Ja, das ist genau das Richtige. Fall los. Fahr schon nach rechts und geh sofort kaputt, weil alles ist. Vorsicht, nicht nach rechts, aber da ist genau. Vorsicht, nach links. Tschüss, Sikowski. Oh, shit. Safe. Aua. Fuck. Der hat zu wenig Power. Der hebt nicht ab. Aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch, Dena. Boah, wie spot ist was Neues hier. Das war knapp, komm schon. Jetzt habe ich die Chance. Ich habe zwei, das weiß ich. Oh, man, ich spot nix. Ich habe dir geholfen, den Ganggriff zu beenden. Ich habe zwei. Das war eigentlich sehr sozial von dir, aber wie sagt man, der schnelle Storch fängt den Vogel. Ja, ungefähr so geht das. Oh, ihr habt ein super Flugzeug. Oh, shit, shit, shit. Hast du den Jumbo gekriegt? Ja. Wie ist das verhindert? Oh, Mann, Dena. Nein. Vor allem kann man den eh nicht spoten. Aber du hast jetzt noch drei Minuten und dreißig. So eine Info. Okay, das wird, glaube ich, nichts bei mir. Ich sehe das schon. Ich fliege hier wie ein angesenktes Sau, Alter. Das hier. Oder? Drei auf einmal. Drei auf einen Streich. Oh, dann hast du jetzt fünf. Nein, das Fahrwerk war ausgefahren. Ha, da hast du nur... Ja, ja, ja. Das ist hier kein einzigen Punkt. Zählt nicht. Das war so geil. Drei auf einmal. Das hat mir den... Adrenalin... Oh, ein. Einen habe ich genommen. Fahrwerk war nicht ausgefahren. Nein, der Jumbo ist kaputt. Drei. Fuck. Shit. Was ist los? Ich brenne. Ich... Mein Flugzeug ist kaputt. Nein. Ich habe fünf Punkte, Dena. Ja, und ich habe zehn. Nein. Und hier ist kein Flugzeug. Du musst einfach, glaube ich, weggehen. Das ist das Problem. Immer noch zwei Sterne. Ja, ich habe gar keinen Sterne. Das ist das Gute. Da vorne ist mein Auto. Wie sagst du denn den Jumbo kaputt gemacht? Ja, ja, ja. Ich habe damit nichts zu tun. Der Dena. Ja, ja, gut. Weil die ganze Landebahn war versperrt. Und ich konnte nirgendwo hin mit dem Jumbo. Und dann bin ich dagegen gefahren, weil ich dachte, ich kann drüber fahren. Aber konnte ich nicht. Dann war ich tot. Tschüss. Mann, das gibt es doch nicht, Freunde. Das ist... So hätte ich mir die Challenge echt nicht vorgestellt. Ja. So habe ich mir die Challenge nicht vorgestellt. Ganz im Ernst. Noch 2.10. Ich führe. Ja, ich habe hier... Fahr mal weg. Ich fahre jetzt auch weg mit dem Auto. Wir fahren an gleicher Stelle dann los. Ich fahre jetzt fast. Okay. Ich bin Feuerwehr weg. So sieht aus. Warte, ich muss auch mit weg sein. Sonst kommt da nichts. Ey. Ich fahre hinter dir her. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Wir verlängern mal um 5 Minuten. Ja, okay. Wir verlängern um 5 Minuten. Okay, alles klar. Das heißt, wenn der Timer abgeht, noch 5 Minuten. Ja, okay. Und ist da Flugzeug? Nein. Wieso nicht? Ah, ist der Jumbo im Weg? Ja, der Jumbo ist auch noch im Weg. Eigentlich müssen wir noch weiter weg, damit ist alles gespawnt. Aber im Jumbo... Oh Mann. Den Jumbo kannst du nicht wegschieben. Okay, weg, 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 weg. Ich könnte mir einen bestellen. Pegasus. Was ist jetzt gerade explodiert? Vielleicht klappt es. Pegasus. Versuch auch mal. Ja, aber ein Jumbo... Nee, nee, nee. Du kannst ja so einen Luxus Air Max bestellen. Kostenlos? Ja, also ich... Nee, ich hab nie an mir einen. Wie, ich wurde von der Polizei gerammt? Asoziales Pack. Ihr glaubst, kannst du nur machen, wenn dir das Ding gehört. Der Spawn da ganz hinten. Ist das ein asoziales Pack? Schon wieder diese amerikanische Polizei. Hat mich ganz... Ich hab nichts gemacht. Ich stand da jetzt ganz normal. Ich stand sogar. Ich hab nichts gemacht. Bist du gerade an einem Flugplatz? Nee, ich fahr gerade weg. Du auch? Ja, bin ziemlich weit weg. Ja, ich fahr jetzt. Bleib mal, fahr auch richtig weit weg jetzt. Okay. Bleib mal, fahr nun schnell weg. Dann mal gucken, ob die Scheiße nochmal spawnt. Okay, alles klar. Ich bin auf dem Weg wieder hin. Okay. Okay, okay. Du bist ja da, Dehner. Hä, das war aber, weil ich bin doch nicht da. Ich bin auf der Lande, aber am anderen Ende gewesen. Bei mir bist du da. Du bist schneller da als ich. Also warst du wohl weniger weit weg. Freunde, ich bin doch gar nicht da. Und ich bin jetzt da. Da waren wir ungefähr gleich weit. Alter. Ach so. Dann war das ein Karten. Da ist einer. Meiner, meiner, meiner. Mann. Meiner. Da, die Zeit ist immer in vier Sekunden. Haben wir nicht gesagt, fünf Minuten mehr? Ja, ja. Dieser Dehner, wehe. Nicht töten, das ist verboten. Das haben wir sogar extra gesagt. Ich habe echt Glück, dass du das ist. Schau, ey, schau in den Hanna. Ist da keiner? Nee, gar nicht. Und nochmal fünf Minuten drauf. Okay, warte. Nee, nee, nee. Ich warte, bis du auch einen hast. Dann fünf Minuten. Dann ist er so dumm, okay. Alles gleich. Dann haben wir mal Stop gemacht vom Timer. Ich fahre weg. Der Timer kann nicht fahren. Ja, fliegt schulver weg. Ich fahre nochmal mein Ding weg. So, damit es wirklich fair ist, weil Dehner ist schon so sozial und verlängert. Da könnte er den Challenge-Punkt einstreichen. Aber wir lassen ihm gerne hier auch mal was. So. Also ich fliege einfach hoch und weg. Ah, dieser Wagen ist heute... Dieser Flugzeug... Dieser Flugzeug. Dieser Flugzeug, er fliegt sehr toll. Dieser Flugzeug ist sehr viel besser. Der Flugzeug, ich mag ihn, aber... Alles klar. Lena, ich bin weg. Ich bin weg. Okay, ich fahre zurück zum... Alles klar. Fahr zurück. Und dann müsste gleich eins da sein. Yeah. Und dann fünf Minuten, Freunde. Die Challenge wird heute dann ein wenig länger sein als sonst, aber... Oh, es ist nur das Große gespawnt. Oder es ist noch das Kaputte Große. Nee, es ist nur das Kaputte Große. Oder ist hier noch was gespawnt? Nee. Im Hangar auch nichts? Nee. Okay. Das ist natürlich Fritter. Naja, ich fahre nochmal hier ganz weit weg. Fahr nochmal. Ich fliege auch weg. Ich fliege auch weg. Vielleicht fliege ich noch nicht weit weg, obwohl ich echt richtig weit wegfahre. Aber, Freunde, wir haben sowieso unsere Probleme mit Challenges. Irgendwie, das ist so witzig. Wir haben so lange versucht, am Strand eine Challenge zu machen. Die werdet ihr in einigen Tagen sehen. Ja, und dafür sind wir auf gutes Wetter angewiesen gewesen. Und auf Sonnenschein. Und erst mal hatten wir Sonnenschein, aber nur noch zwei Ingame-Minuten oder drei Ingame-Minuten. Ja, also Stunden. Dann haben wir eine halbe Stunde gewartet. Also eine halbe Stunde real-life. Ja, eine echte halbe Stunde gewartet. Und saßen die ganze Zeit da und haben gewartet, bis wieder Tag wird. Dann ist es Tag, dann starten wir Change. Jetzt ist ein gutes Wetter. Auf einmal fängt es so an zu regnen, ein Sturm des Jahrtausends. Oh, eine Witz. Und es hat einfach nie mehr aufgehört. Und dafür ist es aber, fuck off, Alter. Typisch geht's ja. Und ist was gespawnt? Ja. Ein schlechtes, aber nehme ich das schlechte halt. Egal, nehme es. Okay, Kev. Geht's jetzt los? Warte, ich muss kurz. Ich habe fast auszunehmen was angenommen. Hier, aber die fünf Minuten, die letzten gehen los. Ab jetzt. Alles klar. Ich sehe es. Du hast das mit diesem Hangar-Ding. Egal, es geht los. Es geht los. Es geht los. Ich hatte fünf, du hast zehn. Oh, wieso wagt er mich jetzt anzurufen? Äh, ich werde abgeschützt. Du musst nur aufpassen, die schildern hier überall, ne? Yes. Ja. Egal. Oh, shit. Okay. Ich bin jetzt hier in der Luft und... Ich fliege und... Er ist kaputt gemacht. Elf. Was? Ja. Im Abzug hat es gemacht. Ohne Fahrwerk? Ja, Fahrwerk kann ich nicht einfahren. Aber ich war... Ach so. Aber, äh... Ich glaube dir. Zwölf. Du willst das schon fair machen? Ja, ich nehme keine... die ich jetzt nur bekommen würde, hätte ich das Fahrwerk reingefahren. So. Okay. Und? Uh. Oh Gott. Ich bin abgestürzt. Ich bin abgestürzt. Ich bin abgestürzt. Ich bin abgestürzt. Wo sind die Kakteen? Kacke. Kacke. Ich habe zwölf, aber ich bin abgestürzt. Oh. Was? Ich bin durch Kakteen durchgeflogen. Die sind gar nicht kaputt gegangen. Fuck. Mein Flugzeug ist... Den heißt, ich bin mitten durch drei Kakteen durch. Ja, mein Flugzeug ist kaputt gegangen. Den erzählt das jetzt? Nee, wenn du durchgeflogen bist... Ja, also wirklich mittig durch. Da gibt es... Da gab es nichts zu diskutieren. Also wirklich nicht. Okay. Eins, zwei. Okay. Jetzt sind sieben, die ich habe. Egal. Scheiß drauf. Die zählen nicht. Was nicht das Blätter hat, zählt nicht. Okay. Sieben. Oh, acht, neun, zehn, elf. Wuhu. Das war furchtend. Alter, Junge. Ich bin in den richtigen Berg reingerast. Und da ist noch einer. Ich habe zwölf. Nee. Komm schon. Wie lange habe ich noch Zeit, Lena? Drei, acht, die sind sie. Oh, das waren drei gleichzeitig. Oh, jetzt habe ich vierzehn. Scheiße. Es braucht kein Flugzeug. Nein. Mein Flugzeug geht kaputt. Doch nicht. Der Berg gibt mir Auftrieb. Haha. Ich lebe. Ich lebe. Oh yeah. Okay, jetzt muss ich meine Führung ausbauen. Jetzt muss ich ausbauen, wo Lena jetzt handlungsunfähig ist. Scheiße. Na, Lena. Scheiße Meise, Alter. Oh. Oh shit, der Flugplatz ist im Weg. Oh, nein. Wow. Knapp. Hier, schön. Ja, wieder drei Stück mitgenommen. Das heißt jetzt, siebzehn. Siebzehn, siebzehn, siebzehn. Achtzehn. Wow. 19, 20, 21, what the fuck? 22. 23 und explodiert. Wie viel hast du? 23, ich bin explodiert. Boah. Wow. 23, Alter. Ich habe immer noch 12. Es ist noch 2,30. Ich muss jetzt hoffen, dass ich das Flugzeug immer spawnen. Wenn du jetzt ein Flugzeug kriegst, Lena. Dann habe ich nochmal die Chance. Dann hast du richtig die Chance. Aber du bist so nah am Flugplatz und spot nix. Ich weiß gar nicht, ob ich da richtig bin am Flugplatz. Doch, doch. Ein bisschen du musst geradeaus weiter. Du bist richtig. Ich weiß nicht, welches bei dir das geradeaus ist. Aber du bist... Links hätte ich gemusst. Oh, bist du nicht vorbeigefahren? Wie fies. Wie fies. Wehe, dass wir uns jetzt was wählen. Letztes in zwei Minuten dann über entscheiden. Hier ist nix. Ich glaube schon. Da hast du Polizei. Ich könnte... Eine Polizei töten wir das Auto sichern. Hier ist gar nichts, Alter. So was macht mich traurig. Wir machen die Polizei hier kaputt. Ich brauche nix, wenn man einen Stern hat. Nee, der ist doch irrelevant. Der ist irrelevant. So, okay. Ich habe Polizisten getötet. Drei Sterne. Schnell Lester anrufen. Mein guter alter Freund. Ach, nee, auch, Mann. Habe ich nicht ein Polizeiauto. An Ort und Stelle, wo ich bin. Lester, komm und helf mir. Alles klar. Perfekt. Lester, Lester, du bist der Beste. Jawoll, Polizeiauto gesichert und jetzt... Der Dena ist weit weg, vielleicht ist jetzt etwas gespawnt. Das wäre natürlich super geil. Der Dena ist überhaupt nicht weit weg. Alles, was hier ist, gehört mir. Hier ist nix. Alles, was hier ist, gehört mir, sagt er. Oh, da ist was drin. Was? Lügt doch nicht. War auch ein Spaß. Alter. Hallo, nicht die Polizei. Noch 1, 5, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich könnte jetzt natürlich dreckig sein und hier Zeit schinden, aber ich bin so nett und steige in meinen Wagen. Hallo. War weg von da, wo das Flugzeug spawst. Der Dena, der ist so frech, ne? Was denn? Aber er ist nett, dass er wenigstens uns Dings da die Möglichkeit gegeben hat, wieder aufzuholen. War schön weit weg, Herr. War schön weit weg. War weiter weg. Man muss am Ende von der Landebahn rüberspringen. Hey, dreh dich weg. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Sikowski. Ist das fies. Hm. Ja, ja. Natürlich einen fiesen Vorteil, wenn da Flugzeug ist, ich bretter da rein. Nein. Doch. Nein. Doch. Wer? Wer? Flugzeug! Wer, du bretterst an. Ich komme. Das wäre unfair. Das wäre unfair. Das wäre unfair. Oh, kämpft die Zeit, ist um. Kriegst du noch eine extra Minute. Krieg eine extra Minute, bitte. Nur, wenn ich dann auch im Flug... Ach komm, scheiße, die kriegst du. Okay, eine extra Minute, okay. Na los. Ja, okay, 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 okay. Warte, und, null. Und jetzt kriegst du eine extra Minute. Eine extra Minute, komm. Gönn dir. Start. Okay. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Eine Minute, mehr kriegst du nicht. Okay, eine Minute läuft. Okay, okay, jetzt, 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 jetzt. Ich hab zwölf. Ich hab zwölf. Okay, den haben wir elf. Dreizehn hab ich. Okay, sehr gut. 14, 15, 16. Wie kannst du das denn so holen? Du musst fliegen. 18. 19, 20, 21. Jetzt hat man den Bogen raus, hat man den Bogen raus. Ah, ich bin ein. Bitte fahr wieder los. Ja, ja, er fliegt wieder. Er fliegt wieder. Was? 19, 19, 19, noch 31 Sekunden. Da ist ein Flugzeug. Noch 31 Sekunden. Ja, du darfst ihn nehmen. 24 Sekunden. Blau, 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 blau. 22, 22. So. Junge, steig. Nein, 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 nein. Wie viel ladest du? Wie viel ladest du? Wie viel hast du? Ich hab 23 gehabt. 15 Sekunden noch. Oh Gott. Komm schon, Junge. Hebe ab, hebe ab. Ah, 23, 24, 24, 24. 24, noch vier Sekunden. Hebe ab. Noch vier Sekunden. Eins, null. Null Sekunden. Gewonnen. Und jetzt hab ich den Kaktus. Jetzt hab ich zwei Kakteen geholt. Oh ja, nochmal drei Kakteen hab ich nochmal. Jetzt hab ich den Kakteen geholt. Das gibt's doch nicht. Jawoll. Oh, so knapp gewonnen. Aber wow. Also die Challenge war mega lustig. Auch wenn der Einfall so simpel ist. Auf sowas muss man ja erstmal kommen, Freunde. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. In der Beschreibung habt ihr einen Link zu einem Formular, wo ihr weitere Solche Challenges einreichen könnt. Da sind wir euch sehr, sehr dankbar für. Und ansonsten, weil die Challenge jetzt ein bisschen länger war, will ich es etwas kürzer halten. Freunde, wir hoffen natürlich, euch hat das gefallen. Wenn ja, ein Däumchen nach oben. Ansonsten schaut bei denen vorbei. Lol. Link in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Bleibt geilo. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.